Ich glaube nicht, dass sie da von Krüger sind. Ach, wenn sie da nicht glauben, dann kann ich ihn da auch nicht bleiben. Geben Sie mal Ihre rechte Hand. Ich gebe Ihnen nicht mehr die rechte Hand. Dann geben Sie mir Ihre linke. Jetzt bleiben Sie bitte mal zwei Schritte fern von mir. Ja, zwei Schritte sind ja relativ long. Das ist eine Anwaltung. Wie geht Ihre Anweisung eigentlich relativ in den Arsch geworden, muss ich sagen. Was ist da los mit Ihnen? Bleiben wir jetzt fern von mir. Morgen, Leute, ab. Was ist denn das? Was ist denn los mit dir? Hier, hier mal. Hier mal dann. Faktum 1. Sie sind vorher erst mal entlassen. Ohne Waffe aussteigen, uns nicht geschossen. Aussteigen, ohne Waffe, uns nicht geschossen. Super. Mach was du denkst. Nee, ohne Waffe. Waffe jetzt ausgemacht. Warum fährst du durch und durch? Ich hätte Rückgrattsgang eingeschränkt. Leitstelle für Yamamoto kommen. Und Vollgas gegeben. Ich lasse voll langsam los. Letzte Position von dem Herrn Krü.